Mein Name ist Alexander Degen. Ich bin bei den Stadtwerken seit dem Jahr 2007. Da die Stadtwerke München in Bayern so einen wahnsinnig guten Ruf haben, habe ich mich dort beworben und bin jetzt auf einer Fort- und Weiterbildung im Heizkraftwerk Nord dort hinten. Ich habe letztes Jahr bei den Stadtwerken München meine Ausbildung beendet und die boten mir dann ein unschlagbares Angebot an, dass sie mich zum Kraftwerke sowie zum Kraftwerksmeister weiterbilden. Und wenn die Noten stimmen, alle anfallenden Kosten übernehmen. Das unterstützt schon einen wahnsinnig, weil so würde ich mein Fachabitur noch nachholen, weil ich würde gerne noch später studieren gehen. Also am Ende meines Planes steht eigentlich der Ingenieur von Maschinenbau. Ich kann die Stadtwerke München nur weiterempfehlen. Also wenn die sehen, dass eine bestimmte Person etwas erreichen will, dann legen die keinem die Steine in den Weg, sondern versuchen die wegzufahren. Das ist für mich einer der besten Arbeitgeber in Bayern, die es gibt.